Yeah! Zurück in der Stadt, zurück in diesem schönen Dörfchen und jetzt wollen wir direkt weiter keine Zeit verschmerzen. Raus aus dem Dorf! Das war schon lang genug, wir waren immerhin schon zwei Minuten hier, jetzt müssen wir direkt mal wieder raus an die frische Luft, sonst dreh ich durch. Ja, also wir haben im Endeffekt so ein bisschen was gekauft in der Stadt und sind jetzt direkt wieder unterwegs, weil mehr brauchen wir auch nicht. Im Endeffekt, was wir mal machen könnten ist, wenn wir Wasser finden, dann wäre es ganz cool, weil ich habe jetzt die Formel für einen krasseren Heiltrank. Der macht jetzt 280, äh, springt er mir sogar noch davor. Lauf doch einfach mal 10 oder 20 Meter neben mir, deshalb laufe ich immer von euch weg, damit ich immer selbst was aufnehmen kann. Scheiße! Wie oft kannst du eigentlich ranspringen? Kannst du das ständig machen? Nee, da musst du erstmal wieder aufladen, leider. Na, jetzt kannst du wieder springen, ne? Ich freue mich nicht mehr hinzulaufen. Oh, guck mal! Hm? Ach nee, das sind die Freunde. Na, Nagas da nur, da brauchen wir nicht. Nee, da waren auch Typen, aber die sind freundlich gewesen. Achso, huch! Okay, dann können wir die nicht umhauen. Ich kann keine Heartflowers mehr nehmen übrigens. Mist! Gott sei Dank! Ey, hast du so viele schon geklaut jetzt? Geklaut, gepflückt! Rechtmäßig gepflückt! Wenn ich hinter euch renne, krieg ich nie was! Ey, das ist auch ein Scottish Terrier da hinten nochmal, oder glaub ich? Leute, wir wollten eigentlich nach dem Norden laufen, ne? Was ist das da? Ach, ne Blume. Hier, so ein Scottish Terrier. Wie süß! Tschüss! Was frisst der noch? Ja, toll. Ein Croissant. Dann zwingst du jetzt dein Hund einen seiner eigenen Art. Ja, klar. Ich hab auch ein Croissant. Okay. Den nächsten Scottish Terrier bitte leben lassen, ja? Das wäre sehr nett. Den hat er selbst jetzt gerade umgemacht. Ja, ich hab einmal mit draufgekommen, weil er schon die Aggro gezogen hat. Ich wollte den Hund erlösen. Den armen Köter. Guck mal, das ist Gingseng. Hier ist eine Hortflower. Gingseng. Fast wie Name. Hier, fast falsch irgendwie. Ach komm, dann lass ich das Crop-Web hier hängen. Das braucht ja eh nur der Rumpel. Das stimmt. Und ich hab genug. Aber ich hab noch ein paar für dich. Ich hab ja auch alle fleißig. Uga, Uga, Uga! Nein, ich bin ein bisschen abhanden gekommen von euch. Bisschen abhanden gekommen? Wo rennt ihr lang? Hier sind Beite, aber das sind orange Wölfe. Hier sind orange Wölfe. Krieg ich die? Hier sind, hier sind, hier sind, äh... Das muss eigentlich Shitty. Yeah! Geil! Shitty ist nicht mehr da. Hier ist eine orangenen Kau. Soll ich die mitbringen? Geil! Zwei orange Wölfe alleine geplättet. Das ist krass. Alter! Ja, ich hau gerade auch eine orangenen Kau richtig auf die Mütze. Nicht schlecht! Mittlerweile. Mittlerweile, ey. Mittlerweile. Hier ist ein Lager. Das ist doch immer relativ. Ihr rennt nicht dahin, wo wir hin sollen, ne? Doch, ich renne nach Norden. Wir können mal ganz kurz zum Fluss, übrigens. Hier ist doch der Weg. Hier ist der Weg. Komm mal kurz zum... Komm mal zu mir zurück. Komm mal zu mir zurück. Hier ist ein Weg. Der führt uns da in Sicherheit hin, wo wir hin müssen. Wo bist du denn? Nach... nach Norden. Ja, wir laufen doch nach Norden. Ja, nach Norden. Völlig richtig. Wir laufen... Wir laufen nur... Du laufst noch ein bisschen weiter westlich von uns. Aber ich will am Fluss auch mal eben ganz kurz... Ne, nach Norden. Ich lauf hier den Weg lang. Ja, wir laufen auch nach Norden. Aber halt, äh... Direkt unterm... Na gut, dann rennt ihr da lang. Ich renne da lang. Bitteschön! Befolge den Weg. Bitteschön! Halt, Scottish Terrier! Ein Scottish Terrier. Den will ich natürlich erstmal... Hey, kleiner Hund! Äh, äh, äh... Scottish Terrier war... Croissant, ne? Lecker Croissant. Lecker, lecker. So, jetzt darf ich erstmal... Richtig schön lange... Hier rumklicken. Die machen jetzt erstmal... 40 Wasserflaschen. So. Das ist richtig cool. Ja, ich muss auch Wasserflaschen machen, verdammt. Vor der Fluss und so ist echt nice. Okay, Craft. Der Weg ist interessant eingebaut. Aber man kann übrigens, äh, den Mauszeiger einfach gedrückt halten. Man muss sich extra klicken. Ach, das ist ja geil. Ah, okay. Hab ich grad festgestellt. Wär natürlich cool so ein Feature, wo man dann nach 30 direkt machen könnte oder so. Ja, ja, das wird bestimmt auch noch eingefügt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nicht einfügen. Also, ich bin jetzt hier an diesem Fluss und der ist echt schön. Hier gibt's auch Heartflowers. Hä? Boah, ich kann 46... Ach, Waterflowers. Lohnt sich das noch? Oh, das sind drei Wizards. Ob die mich angreifen? Ne, die laufen weg. Ich glaub, der Weg führt zur nächsten Stadt dann meistens wie immer, ne? Aber die ist ja ein bisschen zu weit weg. Ja. Ist mir leid, ich muss ja leider grad ein bisschen langweilen mit dem Craften der Wasserflaschen. Ja, das geht mir auch so. Pfff. Weil ich das heute zweimal machen muss. Erst 40 Wasserflaschen, dann nochmal... Ey, ein Shepard Dog, ein Shepard Dog. Was braucht der, ein Shepard Dog? Schäferhund? Warte, warte, warte. Äh, steht der gar nicht. Ne, Shepard Dog steht ja gar nicht. Irgendwie scheint heute mit dem Fußballspiel und dem Helikopter irgendwas los zu sein, ja. Ey, da muss ich den jetzt ehrlich töten. Sieht so aus. Ich hab ja Shepard Dog nicht in der Liste, leider. Sheep hab ich hier, aber... Seagull, Slime. Tut mir so leid, mein Freund. Ach hier, Shepard Dog, da steht's ja. Nein, Quatsch, war ein Witz. Hätte ich wahrscheinlich eh nicht dabei. So, 43, äh, 17 plus... Ich mach 50 plus 17. Was macht die denn? Health Potions. Heiltränke. Von denen du bestimmt auch zehren möchtest. Ich hab mir eben noch welche gemacht. Ah, okay. Diese CD. Boah, ist das lahm. Hä, wie kriegt man denn hier diese... Das versteh ich nicht. Oh, nee. Hm, was denn? Wie kriegst du die... Ah, so. Boah, die ganze Zeit dieser Helikopter, ey. Ja, echt nervig. Ich weiß nicht, ob ihr den in der Aufnahme gehört habt. Ist das Fußballspiel bei euch in der Nähe, oder was? Ja, ja, ich sag hier immer, Kölner Stadium, das ist ja bei dir auch in der Nähe. Ach so. Ja, ja, ich bin da ein bisschen weiter. Alter. Ich hab den eh eh die vorhin gehört, aber der ist dann weg. Zu euch so. Aber ich spiel auch mit auf einem Fenster. Ich weiß nicht, wo... Drei Gnolle? Krieg ich die hin, oder eher nicht? Das weiß ich doch nicht. Alleine ist ein bisschen übertrieben, oder? Drei Zauberer? Kann ich lieber sagen. Obwohl, ich hätte ja Bock, das mal auszuprobieren. Ich weiß nicht, der Schiri ist weg. Ach, scheiße. Ach, bin ich schon tot? Ich bin schon tot. Nee, hä? Ach doch. Alter, drei Zauberer, bist du sofort weg. Oh mein Gott, die sind zu übel. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hör dich doch da irgendwo. Mich? Oder Sari? Nee, den Zaraza. Ich hab da gerade irgendjemanden kämpfen hören. Das war vielleicht ich gegen die drei Gnollzauberer. Also die drei Gnollzauberer, aber da hab ich keine Schnitte. Oh, der Zaraza ist viel weiter als wir. Ja. Ich bin ja auch einer, der den Weg befolgt. Kriegen wir die? Ach, das ist ja Shitty. Shitty ist zu mir geflogen. Ja, Shitty ist wieder da. Nee, die... Nein, 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 nein. Die haben mich gerade einfach mal im Augenwimper weggeschlachtet. Auch wenn die blau waren. Ja, ja, aber die sind mies. Aber wir müssen nach Norden. Wir müssen genau dahin, wo die sind. Nein, nein, Duck Bill. Die sehen ja süß aus. Nein! Ruppi! Haben die dich jetzt angegriffen? Ja, 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 ja. Okay. Vielleicht hinter mir her. Versuch mal zu laufen. Okay. Außerdem bin ich ja ein Wasserzaubereich. Ich muss mit denen eigentlich fertig werden. Ja, eigentlich spülst du die aus. Fertig. Oh, Barkbeetles. So, weiter Richtung Norden. Wir müssen dem Sarraza hinterher. Ich mach dir gleich den Endgegner alleine. Ja, klar. Das will er auch nur. Alter, was für ein geiler riesiger Baum ist das denn hier? Was für ein geiler riesiger Baum. Und da unten sind NPCs am Lagerfeuer. Cool. Boah, geil. Hier... Boah, was geht hier ab? Crowe. Undead plus 3, Alter. Hier kampieren die Untoten. Wie geil ist das denn hier? Wieso ist eigentlich shitty immer bei dir und nicht bei mir? Fliegen fliegen da an, wo es stinkt. Ich glaube, hier hinten beginnt es so richtig bergig zu werden. Ich glaube, da kommen wir in so eine Bergregion. Oh, ich habe Iron Maze plus 17 wieder mal aufgesammelt. Wie geht's weiter? Oh man, ich habe schon wieder eine Höhle gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Was sind die denn? Die greifen wahrscheinlich alle zusammen an, wenn ich da jetzt eine Höhle, ne? Boah, ich glaube, ich würde Schidi mal den Laufpass geben. Der ist nie da, wenn man ihn braucht. Kommt, Jungs, wir müssen mir helfen. Ja, 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 ich eile. Ich meine die anderen hier. Achso. Ey, Schidi fliegt immer straight in Wonders hin. Was geht denn mit dem? Aber die kriegen die nicht platt. Der fliegt einfach weg. Alleine schaffe ich keinen Biter. Ist vielleicht eine feige Fliege. Kämpfst du gegen Biter? Ja, aber die sind gelb, die sind echt zu stark. Der fliegt immer zu dir. Kennst du grad mit irgendjemandem Grunk? Ja. Aber ich sehe den auch nicht, den Schidi. Der hilft auch unseren, also hilft auch immer den Freunden so ein bisschen. Was eigentlich ja cool ist. Ja, aber der fliegt halt jetzt weg von dir. Äh, von mir. Das ist dann uncool, wenn du den brauchst. Vor allen Dingen als Mage. Weil ich habe ja mein eigenes Pad dabei. Hier sind Chickens. Chicken! Können wir mit den Nuggets draus machen. Kannst du mit einer Cereal Bar tamen übrigens die Chickens. Haben wir bloß, ne? Brauch ich nicht. Ich behalte mal lieber meinen Freund Connor den. Ja, aber du kannst ja Pads sammeln. Je mehr du hast, desto besser. Cool. Oh nein, der Baiter kommt. Wo kommt der denn auf einmal wieder her? Oh Gott, in der Unsinn. Ach, Hilfe! Ist das vielleicht ein Gastarbeiter? Gastarbeiter? Oder vielleicht? Komm. Probier es. Ich habe hier einen Scottish Terrier, der unter Wasser ist. Scottish Terrier muss kommen. Meiner. Boah. Alter, was für geile Lande hier teilweise sind. Feierig. Dieser riesige massive Fels. Das Felsmassiv, das sich erhebt aus der Landschaft. Ich bin da schon, bin da schon drin in diesem Felsmassiv. Echt? Ich weiß aber nicht in welchem, weil ich auf meiner Map bist du noch nicht. Ich glaube du bist schon weiter. Du musst einfach mal M drücken. Dann siehst du wo ich bin. Warte, mache ich gleich. Oh nein. Ich habe eine Schwäche bei diesem Spiel. Dieser Baiter. Das sind Noten. Höhle. Höhlen sind meine Achillesferse. Das geht konform übereinander über. Sind hier auch Höhlen? Ich habe noch keine einzige gesehen. Ja, ja, ja. Aber alle schon abgegrast. Leider erfolglos. Super Sprung. Super Killer. Mega Sprung. Hab ich gerade gemacht. Terrier. Mach diesen Baiter platt. Ah, der Baiter hat abgelassen. Endlich. Jetzt fehlt mir natürlich mein, mein... Hallo? Du musst doch irgendwann mal irgendwie in deine Nähe kommen, oder nicht? Nee, du läufst einfach immer weiter. Du bist einfach unerreichbar für uns. Ach du Sche... Ach du Scheiße. Boah, der Saratza ist ja schon... Der ist richtig weit, ja. Also ich kann Climbing oder... oder Swimming skillen. Aber ich habe hier keinen Skill irgendwie Hangy Gliding. Doch, das ist der zweite, der zweite Skill. Nach Climbing. Guck mal, rechts von Climbing. Ach so. Ach du Heidiger. Soll ich jetzt echt Climbing skillen? Ich hab's noch nicht. Hab ich auch nicht. Ich war da so ein bisschen kritisch, weil ich wollte lieber ein bisschen mehr Damage machen und sowas. Gerade am Anfang. Und dann komm ich... Oh, ein Rabbit, ein Rabbit, ein Bunny. Ich tame jetzt einen Bunny. Oh, ich bin auch ein Bunny. Hallo, hallo klein Bunny. Habe ich... Ich hab... Habe ich Karotten überhaupt? Ich hab doch vor ne Karotte gefunden. Ach, hier. Soll ich hier auf euch warten in der Gegend? Oh, ja. Wir sind jetzt sowieso sehr getrennt voneinander. Oh, Karotte. Ja. Wir sind alle sehr getrennt voneinander. Ohhhh. Sehr sehr getrennt voneinander. Aber ich bin derjenige, der direkt darauf zuläuft. Irgendwie auf die... auf die Schwerter. Ich bin derjenige, der hier wieder lootet die ganze Zeit. Ich war ja die ganze Zeit da in die Richtung unterwegs auch. Der Gron kommt dann fünf Stunden später, während wir dann den Boss-Mob killen. Ja, 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 ja. Ich lauf hier auch die ganze Zeit drauf zu. Oh. Aber ein bisschen mit links und rechts. Ich auch. Jetzt grade hab ich auch hier noch gescaled schön und so. Muss ja auch noch sein. Blub, 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 blub. Ey, irgendwas ist nicht so vielerhaft mit dem... mit dem gesamten Petsch. Boah. Alter. Boah, noch mal Nisse. Drecks, humans. Die jagt immer direkt, wenn ich sie irgendwie hab, jagt die weg und geht irgendwo anders hin. Oh. Guck mal, was bei dem Terrier auch so ist. Ja, der Terrier auch. Das ist ja geil. Die hauen immer ab sofort. Oh, verdammt. Warum nur? Warum prüft mich das Schicksal so? Schon wieder eine Links gefunden. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Ach ja. Ja. Oh, Sarah. Hey, hallo Sarah. Du alte Hexe. Heißt die Hexe Sarah? Ja, ist wirklich Sarah. Die kleine Hexe. Toll, riesige Höhle, nix drin. Welche Hexen-Story ist eigentlich... Boah, kennt ihr noch dieses eine? Das war ja wohl Hammer. Hä? Wo die da in dem Hotel waren? In dieser Film? Mit den Hexen? Hexen, Hexen halt. Ach, Hexen, Hexen, die immer die Maus verwandelt haben und so. Kinder, Kinderbuch irgendwie, ne? Boah, voll geil. Das ist ja lange her. Haben wir nicht letztens nochmal drüber geredet? Irgendwann. Hexen, Hexen. Supergeil war das. Das ist ja ewig, ja. Das muss ich mir unbedingt nochmal geben. Ich hatte das Buch gelesen und dann irgendwann den Film aufgeguckt. Der Film war aber noch super, so 80er-mäßig, ne? Der Film war richtig gut. Der war echt entspannt, so. Das ist ein Bumblebee. In den 80ern. Als Filme noch charismatisch waren. Oh, ein Raccoon, ein Rot. Den lass ich erst mal. Ob so ein Bunny im Kampf überhaupt taugt? Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist das Mörder-Bunny von... Von Ritter der Kokosnuss? Ja, genau. Das Killer kann ich... Zähle bis... Zähle er bis 3. Zähle nicht bis 4. Zähle auch nicht bis zur 7. Die müssen den Spaske... Ah, ich habe auch einen Bunny. Jetzt habe ich auch einen Spaske. Wir können die ja rammeln lassen. Vielleicht kommt da mehr raus. Dann komm ich mal zum Rumpi, dann kann man es mal zeigen. Oh, wer kämpft denn hier? Oder kämpfen wieder? Oh, alter Rumpi. Du bist ja in deiner Nähe, ne? Das kommt aber auch direkt. Du bist ja in meiner Nähe. Ich bring Beiter mit. Ja, ich bin grad dabei. Und das Bunny läuft auch weg. Was ist denn da los? Ich habe einen Bug. Total den Bug hier. Alle meine Viecher laufen weg. Das ist kein Bug. Das ist Dusch. The Power of Dusch. Aber echt, das ist total übel. Alle Viecher, die ich habe, die laufen jetzt grad weg. Ich hoffe, das ist beim nächsten Restart dann wieder besser. Ich weiß nicht, wo die hinlaufen. Ich weiß nicht, wo die hinlaufen. Nix da. Du entkommst hier nicht. Oh, scheiße doch. Du entkommst mir wohl. Ich bin leicht bei dir. Ich bin leicht bei dir. Ich bin leicht bei dir. Ja, ich bin da. Sehr verletzt. Mach erstmal den Kleinen da kaputt. Den Kleinen. Erstmal den Kleinen. Der da zaubert. Hallo, ist mein Bunny weg? Ja, saugeil. So. So, jetzt komm ich. Warte. Ich lausche euch andächtig. Stehen bleiben und stunne ich den. So. Ich habe ihn gestanden. Ja, der kriegt nochmal einen von mir jetzt hier. Ah, ich triff die ganze Zeit wieder. Ah, ich triff die ganze Zeit wieder Kuh statt eins. Weil die Knöpfe direkt nebeneinander liegen. Aha mein. Hat sich aber gelohnt. Yes. Leftovers. Ich frag mich, was mit diesen Leftovers auf sich hat. Ja, das habe ich auch. Die Leftovers habe ich jetzt auch schon in verschiedenen Farben. Oh, eine Nüsse in Orange. Wo ist denn dein Bunny? Ähm, hier das ist weggelaufen. Warte. Hier. Hier ist es. Oh. Das läuft immer weg. Das läuft immer weg. Guck. Das läuft immer weg. Aber guck mal. Sowohl das Bunny als auch. Das ist Buggy. Ja, pass auf. Oder auch die Fliege. Alle laufen in die gleiche Richtung. Hier ist Maul. Guck mal. Kennst du Maul? Den alten. Wie heißen die denn nochmal, die sich so einbuddeln? Maulwoll. Genau. So, bisschen Zwiebel mitnehmen. Ich habe eine Formel gefunden, Rumpi. Die könnte dir gefallen. Warte mal. Bleib mal stehen. Weltherrschaft. Moment mal. Hier. Adjusted Wood Wand. Ah, plus 10 ist leider ein bisschen zu niedrig. Ja, aber der ist special. Der ist grün, ne? Manchmal können die auch besser sein. Ja, aber ja, könnte sein. Ich werde mal in der nächsten Stadt, wenn wir mal wieder irgendwann in der Stadt kommen. Ach ja. Ach, ist das schön hier einfach. Schön. Was machst du denn? Was ist denn bei dir los? Oh, ich laufe gegen Norden die ganze Zeit. Du bist doch ganz in unserer Nähe. Du bist an uns vorbeigelaufen. Oh, Planerunner? So schön, dass du an uns vorbeigelaufen bist. Hier bist du doch. Komm, dreh dich doch mal auf. Planerunner Milk Chocolate Bar. Warte mal, ich habe hier gerade Besuch. Ich habe irgendwie das dunkle Gefühl, der kommt benutzt wie die Karte. Ich sehe euch noch nicht auf der Karte. Das ist das Problem. Klar, wenn du einmal M drückst. Ach, da seid ihr. Na siehste, dann sind wir uns ja gar nicht... Wir sind an uns vorbeigelaufen, genau gesagt. Wahrscheinlich gerade als ich hier Tandaradeit habe. Ob der schön Landschaft. Du bist doch wieder in der RPG-Sprache. Natürlich, ihr wackeren Mannen. Warte, hier kommt gerade ein Helikopter wieder. Ah, ich bin hier auf einen Baum drauf. Ja, von hier aus können wir echt über die Bäume hüpfen. Das ist ja richtig geil. Cool. Man kann richtig weit. Hammer. Schön hier oben einfach. Schön. Juhu. Ich mag das Spiel. Ich muss einfach sagen, ich mag das Spiel. Es tut mir leid. Gold! Ich mag das Spiel. Ja. Ist so cool. Ich laufe echt gerade in den Baumkronen entlang. Ich bin bei dir. Ich seh dich auch. So, jetzt sind wir weit runter jetzt halt. Das ist gleich da. Das ist gleich da. Blablabla. Herzlichen Glückwunnen. Dankeschön. Boah, das sieht richtig Hammer aus. Also, was wenn man bei dieser Grafik Hammer nennen kann. Ja, das stimmt. Naja, Hammer nicht. Aber es ist halt schön. Im Großen und Ganzen. Es ist pixellig, aber schön. Ja. Knuffig. Das ist auch mein geringster Kritikpunkt eigentlich. Auch wenn die Grafik natürlich eine gewisse Geschmackssache... Ja, warum muss ich dich schon dafür begeistern können. Also, persönlich würde ich sagen, ich hätte die Grafik gerne ein bisschen... Noch ein bisschen mehr... Weniger blockig. Magier-Duell! Oh, hier ist ein Raccoon. Oh, die gleite ich lieber nicht an. Nein! Ich hab's verloren! Das gibt's doch nicht! Hier ist Magier-Duell verloren! Achso, die haben mir geholfen. Das ist ein Ork-Magier gewesen, ne? Ja, ja, den hab ich grad, äh, leider... Ich hätte den eigentlich... Hallo Rumpi! Hallo! Wie rot siehst du denn jetzt aus? Hm, schon seit längerem. Oh, das war aber auch knapp bei mir jetzt hier. So eine knappe Nummer! Boah, beide gegenseitig gekillt! Dann bin ich wenigstens der Erfolg. Hast du wenigstens bekommen? Ja, drei. 34 hab ich schon, im Level 6. Ach, da läuft wieder so ein Schäferhund. War effizenter, als ich alleine rumgerannt bin, als mit euch. Ja, hängt wahrscheinlich genau damit zusammen. Hahaha. Ich glaube, ich bin wieder mit Gronkh, deshalb leveln wir beide jetzt wieder langsamer. Nee, du kriegst aber auch nicht wirklich mehr Erfahrung dadurch, glaub ich. Jeder kriegt immer gleich viel Erfahrung, wenn er nur in Schlag landet. Ja, egal, auch selbst wenn du den, äh, einzeln tötest, kriegt dir das nicht viel mehr. Nee. Das glaub ich auch. Hallo, Herr Ork! Du musst aber bald mal an der Quest angekommen sein, ja. Hey, da vorne bist der. Warte, ich komm zu euch, Jungs. Okay, ach, da bist der. Hey, großes Revival! Juhu! Wie geil, der Mole! Mole, Mole! Mole, Mole, Mole! Mole, Abedisi, oder was? Bring mal ein Scottish Terrier mit, mein Freund Connor. Sag mal deinen, deinen Bunny. Mein Bunny, wo bist du denn? Hinter dir. Ist er ein Häschenhüpf? Wie heißt er denn? Bugs? Bist jetzt noch Bunny. Nenn ihn doch mal Bugs. Ah, Bugs, so. Der Rumpels muss er Bugs nennen. Der ist doch weggelaufen die ganze Zeit. Der hat doch einen Bug. Das passt doch zum Effekt. Aber hier gibt's zwei, zwei Alpakas, deren Schriftzug weiß ist. Meintest du das? Ich probier das mal einfach. Warte. Nein, der meint White Alpaka. Ist ein anderes. Wahrscheinlich weiß gefärbt. Warte, ich probier's mal eben. Karamell war das, ne? Dann kann ich das andere ja töten in der Zeit, ne? Eigentlich alle andere. Ne, Vanilla. Ach ja, Tatsache. Alpaka! 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 Alter, ihr bringt ja seine Familie um, während ich ihn tame. Alter, seid ihr herzlos. Das hab ich noch nie erlebt. Ja, alles digitale Pixel. Ich bleib bei Connor. Ich bleib bei Connor. Hier, die Orks, die können wir wegmachen. Welches Level hat das Alpaka jetzt, Alter? Warte. Kann ich dir gleich sagen. Auf die Schnauze, Kollege! Allerdings. Mittlerweile geht's echt ab. So, wir sind doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wie man generell über uns denkt. Ja, damals... Über uns in den Kommentaren schreibt. Ja, ja, ja. Na gut, damals waren die ersten Folgen. Da mussten wir selber das Spiel lernen. Ja, aber das ist immer so witzig. Alle Leute denken, dass wir das Spiel angefangen, also anfangen, ein Spiel und schon komplett bescheiden ist. Ja, natürlich. So muss es aber sein. Du darfst kein Spiel spielen, ohne es nicht sofort schon perfekt zu beherrschen. Wir fangen natürlich auch an. Huch. Obwohl, die meisten waren ja irgendwie nett. Oh, hier ist ein... Hier ist ein orangener Wolf. Den könnten wir mal versuchen hier. Ich könnte mal ein Heal brauchen irgendwie. Hm, geht jetzt grad nicht. Hm, hab ich alleine weggemacht. Cool. So, jetzt werden die noch geheilt. Oh, dein Alpaka! Achso. War das ja nicht viel gebracht? Ne, weil der Alpaka dazwischen gelaufen ist. Yeah! Dankeschön! Ich muss jetzt wieder ein bisschen, wie sich mein Mana auf, äh, normales Level geholt hat. Warum bringt wieder Tränke? Warte mal kurz. Muss man vielleicht einmal kurz... Warte mal kurz. Und mein Alpaka hat jetzt einen schönen Namen. Rollenspielgerecht. Finde ich. Tupacca. Tupacca Shakur ist das jetzt. Du kannst auch Woodpecker nennen. So, weiter nach Norden. Wir, wir haben es eigentlich gleich geschafft. Hoffentlich ist das dann wieder, nicht wieder ein Endginger, den wir so gar nicht wegmachen können. Oh, warte. Ich hole mal ganz so wieder ein paar Zwiebelringe. Oh ja. Onionring. Aber den, den kann man auch irgendwie. Alter, schwer. Hast du mit einem Hit weggemacht. Ja. Das ist mal low, oder? Ja, ja. Das ist mir ganz schwach. Ja, gut. So, keine Ahnung wofür die Zwiebelscheiden vorlassen. Ja, ich mach's auch nur wegen dem Loot. Also, weil die Zwiebelringe fallen lassen, und ich hoffe, dass das für irgendwas gut ist. Ist es. Ich glaub, hier gibt's nichts, was nicht für irgendwas... Kann sie Riegelings machen. Was? Hier, hier, hier. Freut mich, dass ich das freue. Ich hab Spaß am Leben. Ja. Außerdem kriegst du das Silk nachher sowieso. Eigentlich doof von mir. Aber egal. Macht Spaß. So weit ist es nicht mehr. Ey, wir müssen nach rechts heute. Warte, 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 warte. Ein Kormling, Kormling. Oh ja, wir sind schon vorbeigelaufen. Alter Schwede. Wo rennt ihr denn schon wieder lang? Achso, ich dachte, er lässt irgendwas tolles fallen. Ich geh weiter alleine. Alter, jetzt warte doch mal die zwei Sekunden. Juhu. Alter, Hexe mit Todesstrahl. Ich glaub's ja nicht. Bist du weg? Bööö. Geil, orange. Genau das Richtige für uns. Die sind so geil. Ich will die Animation so geil bei dem... Scribbl. Scribbl? Beim was? Scribbl. 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 Guck mal, da sind noch ganz viele Chaos. Die können wir auch mal weghitten. Die Chaos? Ja. Das ist ein Cowboy. Das ist 4, ey. Nee. Warum eigentlich? Fünf. Vier. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Hier ist noch ne Milka. Da hat man einen coolen Fruchtkorb dabei. Halt Raccoon! Wollen wir den Raccoon probieren? Der ist rot aber. Ja, probier mal. Bleib ruhig an, wenn du magst. Warte, ich muss den... Ich muss den Tornado noch auf... Ah, jetzt ist zu spät. Oh, der ist schon hinter mir her. So, jetzt bitte 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 rein da, rein da, rein da. Ja, kein Problem, kein Problem. V11, Hammer. So, da kämpft jemand grad gegen einen Steinling. Warte, gegen einen Baiter. Ah, der ist orange, der ist auch gut. Sollen wir den mittlerweile durchgehen? Einfach alle weg, wegballern. Ich bräuchte danach mal einen kleinen Heel. Aber gerne doch. Ja, Alpaka nicht wieder. Dankeschön, Dankeschön. Super, super, super. Komm, du Alpakas das, Rumpel. Aha. Sollen wir hier mal eine kleine Pause machen? Hier ist schön auf der Wiese, ne? Das ist schön. Ey, wir gehen schon wieder falsch, Leute. Was? Wir gehen die ganze Zeit vorbei an der Wiese. Die Landschaft verführt uns. Ich seh's überhaupt gar nicht mehr. Der verwunschene Wald. Ist der vielleicht hier auf den Felsen, oder was? Ich bin echt zu weit gelaufen jetzt. Ne, kommt hier mal mit mir. Ey, da vorne ist eine Stadt auch. Wir müssen jetzt nach Süden. Die Stadt ist ja die, wo wir herkommen. Ich glaub, wir müssen hier auf diesen Felsen drauf, da oben. Da wartet das Vieh auf uns, glaub ich. Bist du sicher? Meine dunkle Vermutung, oder? Ich weiß jetzt. Eigentlich müsste das noch zu frühes weiter werden. Öh, die Flecken darunter. Hier, Spike Reacher. Heradieslinge. Wo werdet ihr denn? Ich lauf jetzt zu den Dingen. Zum Ding. Oh, hübsches Ding. Schade, dass ich keine, keine Pet mehr hab. Boah, jetzt hab ich auch wieder einen Heiltrank getrunken. Wieso hast du kein Pet mehr? Soll die alle weglaufen. Achso. Ein Bug. Das war doch der Grund, warum ich gesagt hab, Rumpel muss ein Pet Bug's Bunny nennen. Ich hab das nicht wegen Bug's Bunny gemacht. Ich bin stolzend. Ah, schön. So, und hier müssen wir jetzt nach oben? Chewbacca. Genau, Chewbacca könntest du das auch nennen. Chewbacca. Auch geil. Ey, Vorsicht, da vorne. Siehst du diese riesen Statue, die aussieht wie ein Baum in deinem Baum ist? Ja, ja, ja. Meinst du, die greift an? Ah, da ist das Todes. Legen wir eine kleine Pause ein. Hier müsste es sein, ne? Hier auf diesen braunen, oder? Hier auf diesen Berge sollte sie ruhen. Ich glaube, hier auf diesen. Ja, könnte sein. Ja, okay. Sind wir mal gespannt, oder? Ich glaube, wir werden es morgen herausfinden. Ich bin mir fast sicher. Oder eben in der nächsten Folge. Wenn du vielleicht mitschaust. Weiß ich ja nicht. Hier. Guck mal, Fly. Ach komm, die Fly. Da sind noch Lemon Beetles in Orange. Die können wir noch mal hitten. Na komm, dann machen wir die auch noch mit hier in dieser Folge. Alter. Alter. Super. Aber echt. Super. Dann machen wir hier mal eine kleine Folgenpause und werden uns dann in der nächsten Episode dieser Kreatur da oben widmen. Was auch immer das Feinwesen ist. Guckt euch mal das an. Was? Das sind Dinosaurier. Wo siehst du das? Alter Schwede. Hier unten. Hier oben. Ach du Heilige. Ach du Scheiße. Geil. Morgen. Morgen gehen wir da hoch. Morgen besteigen wir den Großglockner. Oder eben in der nächsten Folge. Vielleicht ist der ja auch schon da. Schau doch mal rein. Bis dahin. Tschüss. Guck mal der winkt.